Musik Das Kunsthaus Hassloch in Bad Kissingen besteht aus drei Häusern und liegt am Luitpoldpark, hinter der Wandelhalle in der Lindesmühlpromenade. Die Galerie der Moderne bietet Wechselausstellungen diverser Stilrichtungen und Kunstgattungen der Moderne, zudem exklusive Dekorationsobjekte und Geschenkartikel. In der Moderne Galerie gibt es temporäre Exhibitionen von diversen modernen Stylen und Kunstgenres. Außerdem findet ihr dekorative Objekte und exklusive Giftitems dort. Im Stammhaus finden Sie gegenständliche Malerei und Holzreliefs. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. In zwei Galerien werden Werke der Neuzeit von weltweiten Künstlern präsentiert. Im dritten Gebäude Kunstauktionen. In zwei Galeries, there are works presented by professional artists from the modern era. And in the third building, art auctions are conducted. künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-künstler-k